Hallo, hier ist der Mannchen von Manne Merkies. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 27.04.2020. Das ist jetzt mein zweiter Versuch. Ich habe beim ersten Versuch extremst lange mich aufgehalten mit Sachen. Ich glaube, wir reißen es jetzt einfach mal kurz an. Ich denke aber, Sie kennen das alles. Sie sind ja auch nicht auf der Wurst so hergeschwommen gekommen, anders als der DAX vielleicht am Freitag, Donnerstag und Mittwoch, der hier einfach festklemmt, der immer mit dem Kopf nach oben guckt, aber trotzdem nicht so richtig vom Fleck kommt. Bevor wir darauf eingehen, was wir hier haben, würde ich einfach mit Ihnen, das haben wir die letzten Sonntage immer mal wieder gemacht, zum Abstand von zwei Wochen, einfach noch mal kurz auf die Infektionszahlen gucken. Jetzt muss ich aber wirklich aufpassen, dass ich das diesmal kürzer mache und mich nicht wieder 20 Minuten jetzt hier dran festhänge, denn positiv finde ich, man kann es nicht positiv nennen, aber es ist in Teilen positiv, dass die Erwartungshaltung, die wir hier gehabt haben mit Italien in zwei Wochen 50.000 dann auf der Sterberate-Seite, das konnte sich so nicht bewahrheiten. Das hat deutlich abgenommen, das hat deutlich an Dynamik und an Tempo verloren. Das ist schön für Italien erstmal, dass sie das ein bisschen auch in den Griff bekommen haben. Die hat es ja da übel erwischt gehabt. Trotzdem ist es noch eine angespannte Situation und die sind auch bei Weitem noch nicht über den Berg. Das hört man jetzt aus mehreren Ländern, Spanien und Italien habe ich heute gehört, die wollen bis komplett Ende des Jahres Tourismus nicht ins Land lassen. Kroatien hat sich da offen gezeigt, die haben gesagt, sie haben genug Platz, genug Raum, um Abstandsmöglichkeiten und so weiter zu gewährleisten. Da bin ich ein bisschen skeptisch, war vor zwei Jahren in Kroatien im Urlaub gewesen, das war schon alles der überlaufen. Also klar, man versucht jetzt hier irgendwie was zu machen. In Ägypten habe ich gehört, die wollen Hotels mit Auslastung von 40% wieder anlaufen lassen, überall Gesundheitspersonal reinstellen. Das sind alles tolle Ideen, aber trotzdem ist es einfach Fakt, dass hier jetzt Geld fehlt und Unsicherheit auch größer wird, umso länger das dauert. Und ich glaube, der größte Risikofaktor ist einfach der, dass der DAX, anders als zum Beispiel China, wo die ganzen Aktien, die ganzen Unternehmen letztendlich sogar in privater Hand sind. Also es ist eine ganz andere Aktien-, Aktionärsstruktur, wie wir es in Deutschland zum Beispiel haben, wo ein sehr hoher internationaler Einfluss letztendlich sogar da ist. Also wir haben aus dem Bereich hier relativ hohe Investitionen. Wenn ich da zum Beispiel an die Deutsche Bank denke, wenn man da hier unten mal Nöte kriegt, Probleme kriegt und da ein bisschen was rausnimmt, ich wüsste gar nicht, wo die hinfallen sollte, wäre aber sicherlich nicht gut. Aber das größte Problem ist halt einfach hier und in Amerika liegen auch relativ viele Investoren aus DAX-Werten. Die Amerikaner sind so und so sehr stark im Markt, investiert ja auch in ihrem eigenen und momentan wird noch sehr viel Optimismus verbreitet. Wenn wir jetzt mal so ganz neutral betrachten, wie sich die Lage dort entwickelt, muss man schon sagen, dass wir mit Optimismus da offenbar aktuell nicht weiter kommen. Also es verwässert sich ja nicht, es wird ja immer schlummern. Also die haben jetzt, ich glaube, übers Wochenende die höchsten Todesraten, die wir international überhaupt irgendwo gesehen haben, an einem Tag so viele Tote wie noch nie in der ganzen Corona-Krise. Und das nur alleine in den USA. Das zeigt auf jeden Fall, dass der Kurs, den Trump hier einschlägt, ihm bisher da noch nicht recht gibt einfach. Er hat natürlich das wirtschaftliche Interesse irgendwo im Hintergrund. Aber man muss auch sagen, als Person verhält man sich anders. Wenn mein Regierungsoberhaupt mir sagt, du pass auf, wir werden hier noch bis Ende des Jahres zu kämpfen haben. Es ist eine schwierige Zeit und so weiter, wir versuchen dir zu helfen, aber das dauert bis dann. Dann gehe ich anders mit meinem Geld, dann gehe ich anders mit meinen Reserven um, wie wenn mir jemand sagt, das ist in zwei Wochen alles wieder weg. Und so nach Ostern könnt ihr wieder alle raus. Also so in die Richtung hat ja Trump tatsächlich gesprochen. Das ist nun schon vorbei. Also irgendwann wird einfach Misstrauen einsetzen. Das kann sogar dazu führen, dass man dem die Federführung in der Rolle letztendlich entzieht. Einfach, dass man ihm das aberkennt, diesen Krisenumgang und ihn da nicht mehr unterstützt. Momentan unterstützen ihn da noch viele drinnen. Aber wie gesagt, die Zahlen und so weiter geben ihm da nicht recht. Und wenn hier Unsicherheit reinkommt und vor allen Dingen das größte Problem ist, Liquidität gebraucht wird. Ab dem Moment, wo die Liquidität brauchen, ziehen die sich die von irgendwo. So, dann kann man mal überlegen, was könnten die machen, was könnten sie verkaufen. Zum Beispiel ihre Aktien halt, die sie an Unternehmen im Land halten und die sie an Unternehmen im Ausland halten. Wahrscheinlich sogar eher noch die Aktien, die sie an Unternehmen im Ausland halten als die im Inland. Ja und das führt uns dann wieder dazu, dass das bei uns treffen kann. Das geht aber auch hier weiter. Wohlhabende Leute, die hier hohe Aktienpositionen halten, die jetzt massive Ausfälle aus zum Beispiel, aus Immobiliengeschäften zum Beispiel haben. Die viele Immobilien gekauft haben, um die zu vermieten. Vielleicht sogar auf Kredit gekauft haben, um Immobilien zu vermieten, die sich dann selbst bezahlen. Weil die Mietraten höher sind als die Kreditzahlung. In dem Moment, wo mir dann jetzt die Mieten ausfallen, muss ich irgendwie die Kredite auch bedienen. Und überall wird Liquidität benötigt, die sich natürlich überall auch verringert. Also die Liquidität wird ja auch überall kleiner halt. Die Mängen kleiner dadurch, dass überall auch die Kurses sich nach unten bewegen und so weiter. Das ist für einen Schwanz, der uns hier recht treffen kann. Und damit ich jetzt hier auch ein bisschen schneller den Bogen wieder bekommen kriege. Das sind Sachen, die kennen Sie alle. Das sind Sachen, die haben wir alle im Ohr. Und das sind Sachen, die wir auch natürlich irgendwie versuchen wollen zu nutzen. Was uns momentan weniger gelingt, weil der Markt sich ja einfach nicht nach unten bewegt. Hier mein Hinweis einfach nochmal. Und der Umgang damit. Wir kriegen immer mehr Mails auch von Leuten, die sich hier jetzt finanziell ein bisschen in Schieflage gebracht haben. Oder in Schieflage gebracht wurden, muss man ja sogar sagen. Kann ja keiner was dafür, was hier passiert ist. Training ist da keine Lösung halt. Also das gleich vorweg. Wer da Ideen hat, jetzt hier mit seinem letzten Groschen sich noch irgendwie reich zu machen, weil gerade alles andere nicht geht, das klappt zu 99,9%. Das klappt zu 100%. Ich mache mal so. Also im Ergebnis werden Sie, wenn Sie aus einer Not heraus versuchen, am Aktienmarkt zu traden und irgendwas gut zu machen, Sie werden nicht zu den Gewinnern gehören. Das geht nicht. Weil Ihnen im Hinterkopf die falschen Sachen dazu dann einfach fehlen. Das fängt schon bei einer Ruhe an. Das fängt bei einer Neutralität an. In dem Moment, wo Sie in Not sind, haben Sie immer eine Angst dahinter. Dann ist es nicht die Gier, die Ihnen auf die Füße fällt. Dann ist es die Angst, die Ihnen auf die Füße fällt. Und das wird dafür sorgen, dass man nicht profitabel traden kann. Grundsätzlich kann es jeder schaffen, profitabel zu traden. Ganz egal, aus welcher Herkunft, aus welchem Bildungsgrad man kommt. Aber man braucht eine gewisse Grundvoraussetzung dafür. Und die ist nicht gegeben in dem Moment, wo ich kurz vor einer absoluten Insolvenz stehe und völlig landunter bin. Und dann lerne ich nicht in einem Monat das, wofür andere drei Jahre brauchen. Das ist einfach ganz klar und das funktioniert so nicht. Und das muss man auch so ganz offen sagen. So, jetzt gehen wir mal in den Monatschart. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn für unseren DAX dieses Jahr vorgesehen gehabt? Wir haben unserem DAX vorgesehen gehabt, dass es sich nach seinem Abwärtstrendbruch hier jetzt nochmal eine Welle nach oben schlägt. Haben gesagt, bis Mitte März kann er dabei gut 14.500 erreichen. Haben dann schon gemerkt, er stottert hier deutlich herum. Sind dann auf kleinerer Tagesebene sogar übergegangen, dass wir gesagt haben, unter 12.600 dann jetzt doch erstmal wieder ein bisschen mehr Risiko. Was durchaus bis hierhin geht. Und den Rest haben sie alle selber mitbekommen. Das ging dann schneller als gedacht. Und der Markt ist völlig zusammengebrochen. Hat keiner damit gerechnet am Jahresanfang. Hat auch keiner in dem Sinne richtig kommen sehen. Trotz, dass die Zahlen schon vorher da waren. Die Corona-Krise letztendlich schon da war. Und jetzt können wir aber mal trotzdem ein bisschen versuchen einzunorten, wo wir wie, was, wo gerechnet haben. Wenn Sie jetzt hier mal die Pfeile angucken, haben wir hier zum Beispiel zwei Target-Zonen, die hier unten im Bereich um 8.300 bis 8.000 liegen. Das waren so Bereiche, wo wir schon Mitte 2018 gesagt haben, wenn der Markt so unter dem Bereich von 9.800 fällt, muss man davon ausgehen, dass er hier unten auch nochmal dieses Tief unterstößt. Dass er unter die 8.700 geht. Das hat geklappt. Also was heißt, das hat geklappt? Das hat er gemacht. Ende 2019 haben wir gesagt, wenn er diese Erholung nicht nach oben ausgebrochen kriegt, sondern nach unten wegdreht und quasi in diesem Abwärtstrend noch bleibt, kann er sich hier schön strukturiert nach unten wühlen und auch diesen Bereich einmal hier drunter schlagen. Unter die 8.300, auch das vom Szenario nicht abgelaufen, vom Ziel aber erreicht. Und dann haben wir für die Jahresanalyse für 2020, haben wir unserem DAX hier mitgegeben, wenn er drüber bleibt, wenn er das halten kann, die 12.500 hat er hier gute Karten bis 14.500. Sollte er aber unter 11.900 fallen, muss man damit rechnen, dass er auf diese Kanalkante hier einmal aufschlägt, an der Kanalkante sich deutlicher stabilisiert und dann die Kanalkante aber nach unten verlässt. So und da ist jetzt so ein Punkt, wo ich so sage, da sollten wir jetzt die nächsten Wochen, Monate uns mal gedanklich darauf vorbereiten, was ist jetzt hier passiert, wie ist das passiert. Wir haben jetzt hier eine mächtige Impulsbewegung auf der Unterseite, das heißt der DAX hat jetzt hier mit innerhalb 2 Kerzen, wenn Sie mal nach links gucken, hat er so ein Gefühl, die letzten, keine Ahnung, 40, 50 Kerzen mit einmal wegrasiert. Also das sind mit 2 Kerzen die Arbeit von 50 Kerzen kaputt gemacht, das ist impulsiv, das heißt das kann auch einen bestehenden Trend unterbrechen, beenden und eine neue Bewegung einleiten. Das heißt, ich bin schon hier eher auf der Seite der Bärenmarktrufer, dass wir sagen, wir haben hier einen Bärenmarkt und der wird auch noch ein bisschen anhalten, aber ich gehöre auch zu denen und das haben wir von Anfang an immer gesagt, wenn ein Crash kommt, dann wird er so viele Gegenbewegungen drin haben, dass sie keine Chance haben, wenn sie da immer an der Stelle, wo sie glauben, dass er jetzt richtig fallen wird, Short reingehen, dann zu gewinnen. Weil er ihnen immer genau in dem Moment so weit zurücklaufen wird, bis sie schon gar nicht mehr daran glauben, dass der überhaupt weiterfällt und dann dreht er genau an der Stelle wieder nach unten. Der ein oder andere von ihnen erinnert sich da noch, das haben wir schon ganz oft hier in den Videos gemacht, also 3, 4, 5 Mal haben wir uns das in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall schon mal angeguckt, diese Vergleiche von diesem Crash, wie läuft sowas ganz normal ab und wir haben immer wieder Gegenbewegungen drin. Aktuell ist es jetzt so, dass wir jetzt im April eine relativ kräftige grüne Kerze drin stehen haben, die steht jetzt nicht im Verhältnis zu dem, was vorher gekommen ist, aber sie unterbricht zumindest erstmal deutlich die Abwärtsbewegung. Genauso wie diese rote Kerze vorher diese Aufwärtsbewegung unterbrochen hat. Das heißt, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass das Szenario, was wir hier gemalt haben, gegebenenfalls vielleicht sogar ablaufen kann. Das heißt, dass der DAX hier einfach bloß kurz unterrissen hat und am Kanal jetzt zurückkommt, sich gut und gerne stabilisiert, was bis Juni, vielleicht sogar September dauern kann. Vielleicht sogar bis ins mittlere Band hinein, um die 12.000, vielleicht sogar auch höher. Also wir müssen damit rechnen, wenn er jetzt nach oben treibt, Stück für Stück, dass er so weit treibt, bis die Leute im Kopf sich drehen. Und dass er erst dann anfängt, wieder richtig zu fallen und nach unten wegzustoßen. Wenn ich das jetzt so ausführlich erläutere, wird es wahrscheinlich Montag erstmal wieder nach unten gehen. Aber trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, dass es trotz, dass die Gesamtmarktlage so negativ ist und alles drumherum so schlecht ist, dass wir trotzdem, selbst wenn wir mitten im Crash sind und wenn alles schlecht ist und wenn auch der Markt in zwei Jahren vielleicht tiefer stehen wird, wir trotzdem starke Rückläufe auch immer wieder sehen werden, nur weil sie alleine im Verhältnis mit dem, was vorher runterkam, stark wirken. Letztendlich ist es ja gar nicht so viel, was ja jetzt in dem Monat nach oben gelaufen ist. Aber es wirkt einfach im Verhältnis zu dem anderen, also auf der Ebene gering, aber untertäglich wirkt es total krass und abnormal, wie weit der DAX steigt. Dabei macht er bloß eine ganz poplige, kleine Gegenbewegung. Also da muss man einfach versuchen, die Dimension ein bisschen im Kopf zu behalten. Ich persönlich wäre mich jetzt hier darauf einstellen, wenn der DAX weiter nach oben treibt, dass wir wie gesagt den Bereich um 11.400 noch erreichen, vielleicht sogar auch zu übergehen. 11.800 bis 12.400. Mich würde das nicht wundern, wenn man gerade in diese Kompensationszone hier einfach nochmal reingeht, wo hier so viel hin und her getauscht wurde, dass man da einfach nochmal so mittig reinsticht. 12.100 wäre da so das Mittel. Warum nicht? Und deswegen müssen wir vorsichtig sein in dem Moment, wo er hochdreht und nicht aber dann gleich jetzt schon gedanklich darauf einstellen, wenn sie hier stehen, dass man dann auch mal Gewinne mitnimmt. Weil, wie werden sie denken, wenn wir hier stehen? Klar werden sie denken, der läuft jetzt wieder auf 14.000, ist doch alles gut. Vielleicht gibt es sogar ein Mittel oder was, was uns hilft. Aber von der Formation her wird er wahrscheinlich dann trotzdem seine dritte Welle nochmal einfordern. Und wenn dieser Abwärtstrend jetzt hier gebrochen ist, dieser Aufwärtstrend, diese grüne, haben wir in dem Sinne jetzt hier dann auch erstmal keine richtigen Ziele auf der Unterseite. Also das kann einer, mal ganz krass gesagt, das muss nicht bei 6.000 bleiben. Es gibt kein Gesetz, warum der DAX nicht auch auf, was weiß ich, 1.9, 2.1 oder sowas fallen kann. Das muss man schon irgendwo immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Denn wenn Leute Liquidität rausnehmen, müssen andere auch Liquidität rausnehmen, bevor sie gar keine mehr haben. Das ist dann so ein gewisser Masseneffekt. Und das hängt mit Vertrauen zusammen, das hängt mit Zuversicht zusammen, solange man die noch hat. Und das, glaube ich, kann man dem entgegnen, aber ab einer gewissen Schwelle, wo die Leute wirklich sagen, ja, ist mir egal, wenn die FED hier 20 Milliarden reinpumpt. Wenn ich kein Geld mehr habe, habe ich kein Geld mehr. Das heißt, ich muss mein Zeug verkaufen, wird es trotzdem runterrutschen. Und man hört es auch jetzt schon, die ganzen Aktienrückkaufprogramme von den Unternehmen wurden zurückgefahren, wurden eingestellt. Also jeder sitzt gerade, da ist sich jeder selbst am nächsten halt. Jeder sitzt so auf seinem Cache und versucht ein bisschen abzuwarten, wie sich die ganze Situation entwickelt. Also deswegen einfach, ich kann es Ihnen hier so schreiben, sagen. Wir haben es im Chat, haben wir es so geschrieben, ich habe es so vertreten. Also meine Meinung war, schon am 15.03., haben wir auch im Video hier gesagt, dass wir vom März bis zum Juni-Verfall uns auf jeden Fall erstmal erholen können. Und vom Juni-Verfall bis zum Dezember-Verfall erwarte ich dann durchaus nochmal Abwärtswellen. Nicht so krass wie das, was hier gekommen ist, aber dann eben stetig. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir auch mal sowas sehen, was wir jahrelang auf der Oberseite gesehen haben, auf der Unterseite. Und so einfach ein untypischer Bärenmarkt, in dem der Markt einfach jeden Tag nur ein bisschen fällt und nicht zurückkommt. Und all diejenigen, die jetzt hier ihre Aktien gekauft haben, die gute Gewinne gemacht haben, die dann zum Beispiel nochmal wieder einsteigen, wenn der Markt runterkommt, kommt, dass man die dann halt eben auch rausspült. Dass man denen keine Chance mehr gibt, dann da wieder reinzukommen. Also das glaube ich schon. Und ja, das so ein bisschen als Hintergrund, weil das wurde ganz oft gefragt. Ich wollte es Ihnen einfach mal gezeigt haben, wo das auch herkommt. Meine Erwartungshaltung wäre daher in dem Sinne hier im Monatschart, dass wir uns, wie gesagt, jetzt hier ein, zwei Quartale durchaus noch erholen können. Ich denke aber rein charttechnisch haben wir uns schon deutlicher angeschossen, sodass wir hier in dem Sinne dann auch noch nachwählen sehen werden. Also ich könnte mir zum Beispiel so eine Bewegung wie hier, sowas könnte ich mir auf der Unterseite durchaus noch vorstellen. Kleinere Bewegungen, nicht mehr ganz so krass, nicht mehr so viel Druck drin, aber trotzdem stetig dann eben auch auf der Unterseite mal. Und deswegen beobachte ich ganz genau, wann laufen wir hier oben in die Zone ein, welche Seitwärtsranges bilden wir und wann brechen wir die raus. Und damit kommen wir jetzt zur heutigen Analyse und zu dem, was hier jetzt wichtig ist, denn wir haben momentan so eine Seitwärtsrange. Ich habe immer gesagt, ich rechne damit um 11.400, 11.500. Aktuell haben wir aber wieder eine, nachdem wir hier schon ein hatten. Jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder der DAX springt die nach oben, läuft in die nächste Seitwärtsrange rein, so wie wir das hier schon gesehen haben, oder knackt sie nach unten. In dem Moment, wo es hier nach unten knackt, hat er natürlich das Risiko, dass das schon eine mögliche Top-Formation sein kann. Eine solche Bewegung, wo die Leute zu viel Zuversicht kriegen, dass der Markt wieder steigt und so weiter und nach unten geht. Vom gefühlten Eindruck sind die Leute noch nicht bereit dafür. Es sind noch viel zu viele zu sicher, dass wir neue Tiefstehen werden. Und das ist ungewöhnlich. Das ist etwas, wo man sagt, das passt einfach nicht. In der Regel ist es so, dass der Markt richtig dann fällt, wenn sich viele hier in dem Sinne dann auf der anderen Seite eben positionieren. Aber ein Quälscher hat trotzdem immer irgendwo auch ein bisschen eine andere Regel. Und im Fallenmarkt verlieren genug Leute, sodass da auch die eine oder andere Regel außer Kraft ist. Also was ich mir vorstellen könnte, um es mal ganz kurz zu machen, ist, dass wir zum Montag hier wieder nach unten rausbrechen und die ersten neuen Tiefstehen unter 2,70 vielleicht schon. Unter 2,70 würde ich durchaus schon sagen, hat der DAX eigentlich schon das Goal. Er muss jetzt nicht mehr die 2,30 kalt machen, da reicht jetzt vollkommen die 2,70. Und dann bin ich sehr gespannt, was das wird. Ich persönlich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir nur das Gap hier unten zumachen und dann schon wieder hochdrehen, hier oben, weil wenn er jetzt fällt, also so von dieser psychologischen Idee her, er fällt jetzt, wo die Leute total zuversichtlich sind, dass nochmal komplett neue Jahrestiefs kommen. In dem Moment, wo er jetzt anfällt, bestätigt er die. Das heißt, hier realisiert auch keiner von den Shorter und seine Gewinner. Die lassen das einfach stehen, aber er nötigt Longs raus. Er nötigt nämlich die raus, die jetzt gesagt haben, sie probieren mal die Side-Reds-Range, nicht, ob sie die L5 kriegt, die kriegt er raus. Die Shorter, die werden nicht rausgehen, die werden nicht realisieren, in dem Moment, wo er hier runterfällt, weil die bis hier unten, die wollen bis zum Ende. Und das ist für ihn eine Situation, wo er sich eigentlich leicht Futter ansaugen kann. Und deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir wirklich hier unten in den Bereich gehen und von dort tatsächlich dann nochmal Richtung Juni raus in die L5 reingehen. Aber trotzdem muss man hier unten kritisch sein. Und trotzdem muss man sich hier unten auch gedanklich eben auf stärkeren Druck auch mit einstellen. Das ist einfach so. Das ist eine schwierige Situation, aber das kriegt man hin. Das kriegt man auch hin, wenn man das im Tagesverlauf macht. Man kann zum Beispiel dann so agieren, dass man sagt, okay, man bleibt jetzt short, aber sobald die erste kräftige grüne Tageskerze kommt. Und glaubt sie mir, ohne eine kräftige Tageskerze schafft er es nicht nach hier oben. Das heißt, wenn er hoch geht, muss er auf jeden Fall einen liefern. Und deswegen könnte man sich zum Beispiel jetzt schon als Regel festsetzen. Dann ist man dann nicht so überrumpelt, dass man sagt, okay, man geht vielleicht short mit, solange bis aber kräftige grüne Kerzen kommen und dann geht man raus und lässt ihn machen. Sollte er dann die grünen Kerzen auskontern, neue Tiefs machen, kann man auch wieder short reingehen. Aber ich finde, man sollte sich dann hier im Bereich schon irgendwo dann auch mal wieder eindecken, weil ich persönlich eine Drehung unterstellen würde. Also das auf der Unterseite und das gilt letztendlich auf der Oberseite ähnlich. Also ich gehe momentan schon davon aus, ab dem Moment, wo wir uns über der 10.600 etablieren können, egal ob das jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch ist, dass es unseren DAX locker bis zur 880 schafft. Da liegt noch ein offenes Gap und dass es sich von dort dann auch weiter nach oben fummeln kann. Also Richtung 11.500. Das bleibt oben weiterhin mein Ziel. Das halte ich für erreichbar. Also hier dazwischen weiterhin erstmal Seitwärtsphase. Da kann man entweder versuchen, ein bisschen zur Seite rumzuhandeln oder man wartet einfach, bis die Ausbrüche dann kommen. Und das ist es letztendlich auch schon. Also das sind so meine Gedanken, die ich momentan habe. Ich persönlich würde schon versuchen, also ich glaube, ich würde schon ab der... Also ich glaube, wenn der schwach reinstartet zum Montag, ich würde schon versuchen mitzugehen, irgendwie mit reinzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar einen Gap bringt. Also wenn er unten raus will, macht er das gerne mit einem Abwärtsgap, mit einem kleineren. Oder zumindest mit einem Gap, wo die Leute sagen, das wird schnell geschlossen, da gehe ich mal long rein. Das macht er bestimmt noch zu. Und dann hat er schon die ersten quasi in der Position, die er braucht, um unten raus ein bisschen rauszukommen. Aber grundsätzlich ist das jetzt hier erstmal Seitwärtsspanner. Das heißt, hier haben wir nichts gewonnen, hier haben wir nichts verloren. Das ist der Seite. Und darüber wird es interessant. Über 10.600, Platz bis zum Hoch, bis zur 10.880 und dann 11.45 bis 11.500. Sehe ich schon kaum. Und auf der Unterseite haben wir die Bereiche um 10.150, 10.100. Sehen wir auch im Tagesschart gleich nochmal. Haben hier auch so eine 200-Stunden-Linie. 202-Stunden-Linie ist es ja sogar. Aber grundsätzlich für mich geht es unter, eigentlich geht für mich schon unter 3.20, geht für mich schon ein Short-Trigger auf. Also unter 3.20 ist für mich der Markt Short. Das ist letztendlich ähnlich wie das, was wir am Freitag im Premium-Dienst auch handeln wollten. Wie gesagt, der ist uns leider hinten raus dann rausgeflogen. Hat dann den Gewinn von dem Long vorher aufgefressen, den wir am Vormittag gemacht hatten. Passiert. Aber ich würde da auch noch ein zweites Mal ansetzen. Also unter 3.20 hätten wir, wie gesagt, dann die ersten Trigger-Punkte. Und jedes Tief, was dann fällt, ist dann eigentlich ein Verkaufssignal, was uns dann aufbeschleunigen könnte. Die Bänder sind extrem weit zusammengegangen. Das heißt, hier steht Bewegung ins Haus. Und die wird wahrscheinlich nicht mehr lange warten. Also ich bin gespannt. Jetzt auch am Wochenende, so wie man so überall gehört hat, die Zahlen sind überall doch wieder ein bisschen stärker angestiegen. Stände, Landkreise, Länder. Die eher weniger hatten, haben jetzt plötzlich wieder ein bisschen mehr, auch in Deutschland. Muss man mal gucken, muss man mal ein bisschen beobachten. Haben viele immer gesagt, wenn es warm wird, wenn es Sommer wird, dann hört das alles auf. Jetzt ist es warm, jetzt ist es Sommer, aber es ist noch nicht weg halt. Ostern ist auch vorbei, es ist auch noch nicht weg. Und ja, so langsam hängen dann auch schon die ersten Existenzen dran, die jetzt hier irgendwo über die Klippe rollen. Und das wird langsam transparent. Also das wird auch bei uns transparent, weil die melden sich jetzt plötzlich. Die suchen jetzt ihre Rettung im Trading, wir schicken sie aber weg. Weil das wird nichts. Also das funktioniert nicht. Man kann jemanden profitabel machen im Trading, aber nicht, wenn der mit fünf Pistolen am Kopf tradet. Das funktioniert einfach nicht. Da hast du keine Chance, profitabel zu werden. Wenn so viel Angst im Hintergrund ist, warten, bis die weg ist, auf das Geld gut aufpassen, irgendwie versuchen, gut über die Runde zu kommen. Und dann kann man später versuchen, profitabel das zu machen. Und das kriegt man eher noch hin, als aus der Angst daraus. Also das ist so meine feste Überzeugung. Und habe auch noch nie das Gegenteil gesehen irgendwo, dass ich sagen könnte, da wäre was. Gut, also Freunde, dann soll es das soweit sein. Ich denke, da haben wir wieder ein relativ längeres Video mal zusammengesprochen. Aber ist aktuell eine heiße Situation hier, spannende Phase. Und wie gesagt, also ich persönlich, davon sind mir zu viele noch zu sicher, dass wir tiefer gehen. Deswegen würde ich persönlich denken, wir gehen noch oben raus. Oder wenn, dass wir unten rausgehen. Und aber die nicht befriedigt bekommen. Eher wieder hochdrehen. Und dann nochmal oben raus. Ein bisschen Zwischenmomentum entwickeln. Und wenn der DAX, stellst du dir mal vor, wenn der DAX auf 12.000 wieder steht, wie sie dann denken, machen sie sich da jetzt mal schon Gedanken. Und ich glaube, 11.500, 12.000, ich glaube, das wird unser Sommer-Oberziel. Und dann jetzt erstmal wieder für ein paar Monate richtig runter. Und zwar eklig runter. So, dass es keinen Spaß machen wird. So, dass wir uns wirklich ernsthaft dann drauf vorbereiten müssen, damit wir das irgendwie gut durchkriegen. Aber das kriegen wir hin. Aha, kriegen wir hin. Gut, alles klar. Ja, dann. Gutes Gelingen. Guten Wochenstart. Und alle Kopf hoch, die ja momentan ein bisschen durchhängen. Es wird irgendwie, irgendwie wird es wieder werden. Muss. Muss ja. Alles klar. Bis morgen. Tschö.